Das Amulett Vor langer Zeit, als die Menschen noch glaubten, dass durch Zauberei Wundertaten zu vollbringen seien, lebte im Tempel der großen Pagode der Abt, Jeng, der Weise. Obgleich er schon lange dem Ordensgesetz folgte, hatte er seinen Glauben an Zauberei und Wundertaten noch nicht abgelegt. Er besaß ein altes Buch, in dem die Beschwörungsformeln aufgezeichnet waren. Darin stand, wie die Zauberamulette verfertigt würden. Nun begann er, die Beschwörungen zu versuchen, denn er glaubte, dass er sich selbst verzaubern könnte, um ein Mensch zu werden, dem alle Wunder untertan seien. Eines Tages war er wieder dabei, sein Amulett zu verzaubern. Nach einer Weile dachte er, dass die Beschwörungen gewirkt haben müssten. Da rief er den Knaben Pock, seinen Schüler. Er sollte sich hinsetzen und dem Meister zuschauen. Als er die mächtigen Formeln wiederholt hatte, dachte er, nun muss ich unsichtbar sein. Darum fragte er den Knaben Pock. Hey, Pock, siehst du mich noch? Der Knabe antwortete mit klarer Stimme, ja, ich sehe dich. Der Weise hörte es und dachte, er habe in der Beschwerung vielleicht eine kleine Ungenauigkeit begangen. Darum war sein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Deshalb versuchte er es noch einmal und wieder und wieder. Jedes Mal rief er seinen Schüler Pock zum Zuschauen herein und jedes Mal bekam er die gleiche Antwort. Pock war ein Knabe in dem Alter, da man doch gerne herumläuft und spielt und sich nach Art der Kinder mit anderen herumbalgt. Als nun der Weise ihn immer wieder hereinrief, nahm er sich vor, das nächste Mal werde er sagen, ich sehe dich nicht. Dann werde er sein für alle Male Ruhe haben vor dem Weisen und endlich ungestört spielen können. Nicht lange danach hob der Weise wieder an mit der Beschwerung und rief Pock herein. Lange murmelte er die Zauberformeln. Als er fertig war, fragte er, Pock, siehst du mich? Der Knabe hatte das langweilige Herumsitzen in der Hütte satt und entgegnete, ich sehe dich nicht. Um seine Worte glaubwürdig zu machen, tat er so, als ob er seinen Lehrer überall in der Hütte suche. Der Weise wechselte mehrfach seinen Standort und fragte aus verschiedenen Ecken, siehst du mich? Aber Pock erwiderte stets, nein. Da freute sich der Weise, dass es ihm gelungen war, sich unsichtbar zu machen. Gnädig entglies hat Pock und ahnte nicht, dass der Knabe ihm einen Streich gespielt. Weil er glaubte, unsichtbar zu sein, richtete sich sein Sinn nun auf mächtigere Beschwörungen. Jetzt wollte er seiner Zauberkunst an das Fliegen und an das Laufen und Luft wenden. Eines Tages erstieg er den alten Glockenturm, nahm das Amulett und sprach schnell die Formeln und er sprach sie nur ein einziges Mal. Dann sprang er hoch und bewegte die Füße, als ob er über die Luft hinschritte. Der Turm war hoch und der Weise fiel kopfüber herab. Wie hätte die Luft sein Gewicht tragen können? Der Abt schlug auf dem Boden auf, dass man es weithin hörte. Die Sinne verließen ihn und er lag leblos auf der Erde. Ein paar seiner Schüler, die in der Nähe waren, kamen herbei, um zu sehen, was geschehen war. Als sie ihren Lehrer bewusstlos da liegen sahen, knieten sie alle nieder, um ihm zu helfen. Schließlich kam er wieder zu sich und wimmerte vor Schmerzen. Sie fragten ihn, warum er vom Glockenturm herabgesprungen sei. Da antwortete er unter Seufzen, Pock hat mir das Gift gegeben. Oh, ich habe ihnen geglaubt. Nun sind mir Arme und Beine gebrochen. Mein Körper ist hin. Die Geschichte lehrt, hege nicht den falschen Glaube und verlass dich nicht auf andere.